Ach da. Ich wollte schon immer ein winziges, zerbrechliches Haus ziehen. Gut, bringt sie zur Tür, macht sie wieder groß und ihr seid fertig. Ihr habt genug Trauma verursacht. So. Keine Sorge, setzt nicht hin. Ich starte den nächsten Scan. Erledigt die Aliens und holt alle mal raus. Das ist ja immer das Gleiche, ne? Das ist ja immer das Gleiche, ne? Ja, wo denn? Keine gute Position, Fneu. Volle Konzentration. Scan erfolgreich. Geht hin und schnappt zu bevor der Feind es tut. Oh, shit. Oh, wie viel dickes Dinger sind es hier? Das Cross X räumt alles und jeden mit Tentakeln von diesen Türen weg, bevor ihr die Soldaten da raus holt. da hin. Eh, kein Geld, kein Geld. Oh, da hinten. Hm. Er geht mir auf den Sack. Oh. Noch einen, ne? Mann, wie viel sind denn hier? Ja, alle auf mich! Die anderen sind mir egal, oder was? So eine... Überraschung! Ich will meine Soldaten wieder in Normalgröße und im Bus. Und zwar vor 5 Minuten. Zeit in die Halle der Gerechtigkeit zurückzukehren. Ihr seid... Ihr darfst mit dem Bus fahren. Ich nenne ihn Surf's Flagship. Es hat nichts. Nice! Investoristin gerettet. Von Deadshot. Ja, die anderen verwende ich nicht so geil, weil die... Ich komm mit denen nicht klar. Harley Quinn irgendwie nicht so geil. Wir könnten vielleicht mal mit dem Boomer-Typen-Mavier verwenden, aber... Der Einzige mit dem Klarko ist Deadshot und äh... Klo. Klo. Keine Ahnung. 4... 4... C. Die ist besser. Warte, mich die. Die fühlt sich gut an. Tja. So. Achso, jetzt mach ich ja... Bei der, äh... Anwesen jetzt. Von Justice League oder wo wir eben waren. Okay, Leute. Bericht erstatten und ab ins Lazarett. Endlich mal gute Neuigkeiten. Im Lazarett gibt's das starke Zeug. Oh, nicht ihr, Task Force X. Ihr vier bleibt schön hier und trefft Gizmo. Seine Werkstatt ist da hinten. Das ist ein Gizmo. Bist du dieser Gizmo? Das ist ne Maus, Tudeb. Ja! Gut, lass mich mal sehen. Ein Muskelprotz. Ne Irre. Etwas, das meine Augen so richtig beleidigt. Und ein Obdachloser. Perfekt! Wissen wir. Perfekt für was? Crash Test Dummies. Ich bin Gizmo. Da sie kein schweres Geschütz in die Stadt bringen konnten, hat Argus mich rekrutiert, um die Fahrzeuge vor Ort richtig aufzumotzen. Jetzt brauche ich ein paar entbeerliche Leute auf dem Fahrersitz. Ich bin Gizmo. Das ist nicht so. Ich bin Gizmo. 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 Und ich bin Gizmo. Und ich setze euch in voll ausgerüstete, absolut tödliche Fahrzeuge. Bis dahin will euch die Chefin erstmal oben im geheimen Helden-Clubhaus sehen. Nehmt den Aufzug. ich muss gestehen sie mag mir zwar eine bombe eingepflanzt haben aber ich stehe auf frauen mit schneit und wolle hat schneit bis zum mond vielleicht sagt ihr das nur dass sie eine bombe im kopf haben am ende ich war einst bürger von gotham als ich noch ein kind war verlor ich meine eltern an gothams größten feind das verbrechen von jenem tag an schwor ich mir mein leben den kampf gegen die zu widmen die herz und seele von gotham verletzen so wurde ich zum symbol etwas das selbst das böse fürchtete ich wurde die rache ich wurde die nacht ich wurde batman natürlich brauchte ich mehr als nur meinen verstand ich musste hart arbeiten jeden tag trainieren um kampfbereit zu sein ich musste hightech werkzeuge entwerfen ausrüstung und die fortschrittlichsten fahrzeuge die ihr je gesehen habt zuvor hatte ich freunde doch ich musste sie verstoßen zu ihrem schutz was wenn ich das mache ich bin ich dankbar für meine gefährten denn gemeinsam sind wir viel stärker als allein was ist das machen möchte ist ein schock also ich kann nicht ziehen willkommen in der halle der gerechtigkeit wir haben euch geöffnet und es gibt viele tolle dinge zu sehen und zu tun wonder woman bewacht das allerheiligste green lantern ist beim quartiermeister oder vielleicht wollt ihr nur batmans coolen bad pot werfer sehen und in der ausstellung helden und schurken zeigt euch flash einige unserer werkzeuge zur verbrechensbekämpfung und einige ziemlich schräge sachen die wir von schurken erbeutet haben seht euch um drückt alle leuchtenden knappe es ist tag der gerechtigkeit habt einen super tag ach komm du überlebst du keine weitere runde mit green lantern willst du weiter jetzt paar auf die franz wo sind die anderen drei noch mehr auftritt kann man hier auch noch was machen einfach konnte ich nur jetzt komisch sind nur die zwei hauptebene komisch ist hoch hey ach so gedrückt halten ich habe kein lustiges geschwätz für dich da ist er ja das ist seine gub ne krass jetzt haben wir ihn hier wie der raum sich auch immer ändert ne wie der raum sich so krass ändert wer bist du weißt du nach einem einsatz nach all dem blut interessiert mich nicht ach ich geh in schock ja bevor wir da hingehen welch ein cut machen ich mache einen cut und deshalb gibt euch alles um euch auszustatten wir ignorieren dafür sogar die regeln als erstes wartet heck in der stadt mit ein paar infos und upgrades na worauf wartet ihr tfx manzenjagd ok ja ok dann machen wir das direkt lasst es mal rausgehen ha eigentlich würde ich gerne ich würde ich mit einem anderen rausgehen aber ich müsste auch mal abwechseln machen ne weißt du gar nicht äh los geht's wow heck war die ganze zeit eingesperrt hier draußen ist sie zehnmal so groß tschüss wir wurden schon zweimal von lantern überrascht willst du die nochmal entlocken entspann dich dad ich bin eine ar-projektion nur ihr seht mein cooles riesen ich der feind setzt terminals ein um sich wertvolles material zu schnappen und zu transportieren was so wertvolles material zu sichern ist unser job genau und deshalb habe ich ihr sendesignal isoliert damit ihr es verfolgen könnt die wanze könnte in jedem feind stecken also folgt dem signal viel spaß das ist ein signal hallo metropolis brainiacs belagerung dauert nun schon mehrere wochen und es ist kein ende in sicht das militär ist außerhalb der stadt so gut wie abgeschnitten und mitglieder der justice league wurden entweder auf seine seite gezogen oder werden vermisst hier ist lex luca und präsident von lexcom der milliardär und revolutionäre technologe so nennt er mich meldete sich kürzlich um der stadt zu versichern dass er sich in sicherheit befindet was soll denn das sein da haben wir es bei hin ok wenn sie uns ein update über sich und ihr team geben wo sie ihn lassen jetzt wo sie ihn lassen jetzt sieht das doch gar nicht ah wie ein punkt irgendwo da hinten da steht mein name draus es braucht mehr als eine engel invasion um mich zu vertreiben sie konnten schon immer gut ablenken aber weiter sie sind einer der herrschwechse alter und das nochmal ja und sie haben die ressourcen eines kleinen nationalstaates welche konkreten schmerzen unternehmen sie um den menschen im metropolis zu helfen können sie ihnen schutz bieten das hielte ich für unangemessen miss lane unser feind am himmel ist beacht aber wir sind ja jetzt da ne der hat die sogenannte justice league vernichtend geschlagen also verzeihen sie mir dass ich nicht glaube dass schlafsäcker und masterflaschen diese stadt werden resten können was wollen diese stadt werden resten dasselbe was sie einst aufbaut zwei Minuten mit etwas amerikanischem lauren ich dachte wir verfolgen eine kleine wanze einen verdammten helikopter es ist zum eulen wirklich oder? aber warum geh ich noch? ja hier bumm der heli ist abgestürzt aber das ziel bewegt sich es hat seinen wird verlassen guter instinkt ja wir kämpfen er flüchtet auf sie ist gar nicht auf sie ist gar nicht mehr schwank oder? das heißt geht ja wenn ihr nicht zu uns kommt kommt mir zu euch was ist denn für ein teil? was ist denn für ein teil? was ist denn für ein teil? ich weiß nicht was ist denn für ein teil? ich weiß nicht was ist denn für ein teil? das ist gar nicht ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht willst du mehr von diesen kleinen äh Beutinauts finden ach nee bitte nicht das ist der schlimmste name den ich je gehört habe Argus Funkkanal umbenannt in Rick und die Beutinauts ich finde sie keine sorge Beutinauts ok der Scooter hm hier ist noch etwas woran ich gearbeitet habe nein ein eigener Söldnerauftragsserver den habe ich für inoffizielle Missionen von der restlichen Hirnbombencrew eingerichtet du kannst sogar Spezialaufträge bekommen Och nö ich lass mal ich habe jetzt eigentlich äh vor gehabt äh wenn du einen Auftrag aktivierst verfolge ich ihn und vergiss danach nicht abzukassieren nicht aktivierte Aufträge werden sicherheitshalber täglich zurückgesetzt viel Spaß mit dem Söldnerleben viel Spaß Kinder bringt eure Verlohne Beute ist schön und gut aber wenn ich mir Flags ganze entführt den Pinguin zermatscht die Wanzen er schießt den Kerl Scheiße nochmal anhören muss riech langsam durch TFX vor dem nächsten Einsatz hat Gizmo eine Lieferung für euch ab in den markierten Bereich und viel Glück Ah Na du hast mich überredet Langsam wird mir klar wie Queen tickt Oh Oh So den mach ich lieber Deadpacks man Warte da kann man nicht schnell reißen ne Na wir wir fliegen einfach dahin man hört sich genau an wie Batman Alter ich habe keine Übersicht über die Verluste aber die Signalverfolgung kommt mir ich sehe den Ort aber keinen Gizmo du konnte sie führen also nur aus da 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 wer will ein Schwebefahrzeug für den nächsten Job wenn ihr jetzt auf einer Mission seid kann ich für euch alle diese Karren aus der Luft abwerfen ok hier ist der Vogelherren Pinguin mit eurem nächsten Auftrag ach das Pinguin ach das Pinguin so Na los macht eine Probefahrt zu eurem großen Kampf ja wie ist das wir werden nach intensiver Nutzung explodieren was musst du jetzt machen Batman mir wird berichtet dass diese Schurken Pinguin an einen unbekannten Ort gebrannt haben ihr müsst die Energieversorgung unterbrechen greift die Kristalle an oh dein unfähiger Waffenvogel bleibt dein Waffenvogel kannst du deine Schurken nicht besser kontrollieren Bruce das ist Kriel werdet nie gewinnen aber ich werde es genießen euch dann zu sehen sie macht Blücher in unser Auto vergesst es der Brücher ist geschützt wir sind die Kristalle vor sich eröffnet das Feuer auf den Brücher los gehts jetzt könnt ihr den Brücher umhauen sagen wir später das heißt A ach so sei ach so sei ach so ach so schwere Fahrzeuge im Einsatzbereich nicht gut wir müssen erst das Schildnetzwerk aus das Kristallnetzwerk wird angegriffen werdet diesen Brücher für dich vorbereitet entfittliches Pflaster oder ja das ist die Sitzende Stille hoch weg da okay schalte den Brücher auf oh mein Baby nein wie furchtbar also dann Zeit an einem neuen zu arbeiten Scheiße Nice Das war's Das war easy Zufrieden Pinguin? Wieder mit ihm Ja, ich komm mit dem besser klar Hört zu ihr Schurken Ich habe meinen Laden in der Halle der Gerechtigkeit eröffnet Waffen und Ausrüstung auf Bestellung Mit Pinguin Garantie Wenn ihr die nötigen Mittel habt Klaas Ihr habt mich entführt Mir eine Bombe in den Kopf gesteckt Mich gefolgert Aber ich lasse die Vergangenheit ruhen Wenn es um Profit geht Stattet mir einen Besuch ab Wenn ihr bereit seid Euer Fortschritt macht Hoffnung Task Force X Ich entferne die Begrenzer der Nanobomben Die Insel gehört ganz euch Das heißt, ihr könnt euch Green Lantern vornehmen Versaut das nicht Oh Green Lantern ist unser erster Ich erwarte Ergebnisse Jetzt geht's los Oh, jetzt seid ihr also alle dabei Wenn ich Green Lantern kalt mache Nein Es geht um unser Manöver bei LexCorp Was für ein Manöver Sag einfach rein und raus, Shark Was ist denn Bombe, Alter? Ja, aber wir müssen Welche Level ist denn das? Ich will Lantern mehr als jeder andere loswerden Wir sollten nur sicher sein, dass wir bereit sind Ja, und was war das hier? Wir gehen zum LexCorp zu lassen Und sich die Bomben aus dem Kopf Also gut, wir greifen LexCorp an Ganz schön viele Freaks Wir halten uns gegenseitig den Rücken frei, ja? Könnte das unsere letzte gemeinsame Mission sein? Ich will nicht sentimental werden Ich könnte von Freude weinen, eigentlich loszuwerden Halt die Knappe, Boomerang Ich schütze mich wie aus sich nicht auf Er attraktierte Wonder Woman und das schütze ihn Ich schütze ihn Und er muss ja echt noch nicht erinnern Wonder Woman hat uns versucht, die Schütze in die Knappe Und er Ich glaube, ich habe Wonder Woman noch nicht zu uns gesehen Er hat uns den Wonder Woman versuche, die Liste zu schütze jeden Green Lantern muss die Möwe machen Trotzdem konnte sie eine Handvoll überlebende retten Vor die Welt zu tun Green Lantern ist zum Kraftwerk Wo er seinen Film und das Lebensschiff wieder aufgemacht hat Ich rate jedem in der Stadt, ob das Kraftwerk so meint Das ist Lanterns Infest Nach so einem Tag Können wir alle nur hoffen, dass Wonder Woman sich von dieser Listerlage erholt hat Sie ist unsere letzte Hoffnung und eine Helme Warum sind das so viele, Alter? Ich berichte weiter, aber zum Erste bin ich raus Ich bin oben, sie fallen runter Würde Oh Was ist das? aber wer wo ist denn der immer scheiß sniper ich habe sie haben komm zeig dich! nervt dich. ist das nervig. ist der einzige gegner noch. guck mal wie die mal abhauen. heilkling. sieht nicht aus als wären sie reingekommen. hoffentlich finden wir ein lebenden wissenschaftler. wo kommen wir denn rein? na? was ist das? ach so. zu einer besseren tötungsmaschine. oh das auch. so. ja das macht wirklich einen unterschied. mir ist egal wer ihr seid oder wo ihr herkommt. ich bin im 50. stock und muss evakuiert werden. bitte. ihr habt es gehört. auf nach oben. ja wie? ach so. aktiviere boost. oh nein. sesam. oh mein gott. so ein chaos. und wir waren es nicht. dies ist dein freigabestufe x bereich. das hat aber gedauert. ist es sicher draußen? holt ihr mich hier raus? ich mach euch auf. wer ist denn da? wer ist denn da? das ist das? das ist das? das ist das? das ist das? das ist das?